Herzlich Willkommen zur Feier unseres Erntedankfestes. Schön, dass Ihr, dass Sie alle da sind. Herr Erntedank erinnert uns daran, der größte Teil dessen, wovon wir leben, ist Geschenk, ist Gabe. An diesen Gaben, die wir nachher gleich zum Altar bringen, dürfen wir uns freuen. Gott sei Dank, dass Gott für uns sorgt. Wir danken den Spendern und Spenderinnen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir unser Gemeindehaus umbauen konnten. Wir danken, dass wir uns hier treffen können, groß und klein, alt und jung, gesund und krank, mit und ohne Beeinträchtigungen. Wir alle können zusammen feiern, singen, beten und danken. Wir danken für unsere Familien, für Freunde, die zu uns halten und uns helfen. Wir danken für Jörg Lischkack, für seine Arbeit, für seine wunderbaren Predigten, sein Einfühlungsvermögen. Wir danken für, vielleicht ergänzen Sie im Stillen die Liste, wofür Sie dankbar sind. Das ist gut, Herr Lischkack, in die die Arbeit gelebt hat. Vielen Dank. Applaus